Welcher Link? Ich krieg die ganze Evolution in irgendein Tronic, äh, Twitch. Boah, der ist auch offline. Ach, das ist deine, oder was? Er ist dein Streamer, er kriegt auch 50.000 Euro Donations. Von reichen Scheichs aus. Buchtustan. Ja. Buchtustan, warum spielt man sowas? Auf jeden Fall da ein Eve-Plakat an der Wand oder sowas. Ja stimmt, also irgendwas mit Eve ist da. Also eigentlich bin ich ein bisschen enttäuscht, Fanky, weil du nicht deine Rifter so platziert hast, dass man sie immer im Stream sieht. Deine was nicht platziert? Deine Rifter. Er hat ein Rifter-Modell. Boah, das macht mich ja wahnsinnig, ich muss den Ton mal wegmachen von dem Spiel. Sich doppelt zu hören ist schrecklich. Vielleicht. Oh man. Nee, jetzt auch nicht. Die ist sogar ganz schön groß. Was ist das für eine Tastatur? Feuer aus. Ich hab mir mal eine von Corsair geleistet. Also das Spiel kommt 100% aus Japan, oder? Nein. Wie kommst du denn da drauf? Komm Franky, jetzt mach ein Gachi-Muchi rein. Was? Komm Franky, mach ein Gachi-Muchi rein. Ja, danach, ich mach sogar Stream an. Dann hast du jetzt schon vier Viewer. Wir bringen dich hoch, du wirst bekannt auf Twitch. Du hattest noch nie vier Viewer, wette ich. Aktuell hat er drei. What? Was hast du da gemacht? Alter, was? Bitte, wie teuer ist dein Rechner bitte? 2TB SSD und 8TB HD, ey. Die Grafikkarte kostet doch schon alleine fast 2500, oder? Haben Teamwork gekostet, ja. Gar nicht mehr. Oder, Franky? Winter wahrscheinlich auch nicht mal heizen dann, oder? Wir haben doch bestimmt... Was ist jetzt das los? Warum kommen komische Gesichter da? Und dann... Wie geht's? Ich entscheide euch die ganze Zeit. Und ich geh mal ganz schnell. Und ich nicht nur. aber... Ich kann ja mal mit ihr... Ich muss mir doch mal mit ihr, ich muss mich nicht mehr ranken, Ich muss ja nicht mehr auf den Weg geben. Ich kann ja noch mit ihr reden, Wie war das mit Maus oder was? Maul? Ne, mit so nem komischen Stift. Und das ist das wirklich das, was du jetzt überschwunden hinweg spielst, sowas? Oh la, verflucht. Du bist krank. Kann ich mich jetzt auch nicht, also dass man das mal vielleicht irgendwie aber so richtig aktiv? Oh. Ach so, ich wollte einfach mal was den Scheiß da verfolgen. Also. Vielleicht gibt's da richtige Psychopathen. Du willst gleich nen Gachimuchi-Song machen. Was ist denn Gachimuchi, bitte? Ich muss hier den Sound von Twitch wegschalten, weil sonst werd ich blöd. Geht? Ja, was ist denn? Ne, weil ich mich halt doppelt höre dann irgendwann. Deshalb meine ich. Ist einfach nur krank, was der Typ macht. Geht gleich los, das ist noch der langsame Teil. Und nicht vergessen, zu TS ist ungefähr 15 Sekunden Delay oder so. Naja, ich weiß. Ah, ich hab Loading. Das ist einfach nur Wahnsinn. Ich kann mit meinen Augen nicht mal folgen und dazu klickt er noch im Rhythmus. Das ist unglaublich. Das Lied ist schon ein bisschen schräg. Haha, ja. Das ist ein Marathon-Lied, das läuft 20 Minuten oder so. So, Basti. Dann guck ich doch jetzt mal hier. Ich weiß nicht, ob ich's finde. Die waren nicht direkt unter dem Namen eingespeichert. Schreib mir das nochmal. Alter. Da wirst du echt blöd bei. Nach was könnte ich denn da suchen? Die hab ich nur aus Zufall gefunden. Habe ich schon geschrieben, findet er nix. Warte mal, vielleicht sind die nicht ranked. Die hat irgendjemand in einem Multiplayer-Match reingemacht. Ein Kachimutschi oder was auch immer. Ja. Was hat denn das für ein Schwierigkeitsgrad? Normal. Also hauptisch spiel ich jetzt. Haha. Oh mein Gott. Da bin ich ja jetzt gespannt, ey. Das ist so schlimm. Oh Gott, oh Gott. Nochmal. Nochmal. Mario? Was ist das für eine Scheiße? Kein Wunder, dass die nicht ranked ist. Die ist total aus dem Rhythmus. Die lösche ich wieder. Haha. Aber gut, wir finden noch was anderes. Haha. War doch auch irgendwie gar nicht Kachimutschi, ne? Das war irgendwann Super Mario Zeug, ne? Super Mario gehört. Das da ist es doch, oder? Das sieht schon besser aus, Hanky. Warte, man muss schauen, ob er unter Forcen was findet. Da sind doch drei Stück mit Kachimutschi. Oh mein Gott, man findet natürlich, was man unter Forcen sucht. Ich glaube, ich spinn. DJ Khal the Dog. Nein. 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 Oh mein Gott, das ist das Migo irgendwas. Face Never Trade Lied. Basti. Sag mal, wenn du dein Lied gefunden hast, weil ich muss den Tor wieder wegschalten, ich stehe gerade durch. Nein. 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 Oh Gott, das ist eine langsame Map. Warte, warte, das muss ich schneller machen. Äh, Hard Rock Double. So. Dein Stream ist übrigens ziemlich unbalanced in den Lautstärken. Okay. Ja, ich hab die Musik ziemlich leise angeben, dass ich euch höre. Du bist lauter im Stream als hier im TS. Okay. Und dann ist die Musik so leise, dass man sie quasi gar nicht hört. Ich hab den Stream-Sound weggeschaltet, weil ich dann ein bisschen am durchdrehen will mit dem Doppeltörn. Switch TS ausblenden, Google. Ja, es muss irgendwie mit Virtual Audio Cable. Ja. Ja, ich hab schnell was gefunden schon. So, wie ist das andere Ding jetzt? Ja, oh mein Gott, warte, ich schau mal, ob ich ein bisschen lauter machen kann. Für mich mach ich mal ein bisschen leiser im Stream, so. Ah, ich hab Double noch an. Oh, das war's schon. Oh, das war's schon. I don't know. Oh, das war's schon. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh Gott, das war schlecht. Dann sag ich mir, bei dem Spiel schlecht. Ja, ich habe es gerade mal gegoogelt, also tatsächlich gibt es eine Variante über dieses Digital- oder Virtual Audio Cable. Ja. Müsste ich halt erst mal kaufen, ne? Es gibt doch bestimmt Varianten, oder? Okay, das ist ein bisschen kostenlos, aber es ist eine Test-Bersion, so wie es aussieht. Ja. Ah, da könnte ich bestimmt auch irgendwas. Warum streamst du eigentlich deine Tastatur? Keine Ahnung, das machen alle Oso-Streamer. Oh my God. Wo gibt es denn dieses Spiel, Oso? Im Internet. Oh my God. Das ist halt am Anfang echt mega schwer. Und es wird halt immer schwerer, ja? Du musst halt besser werden. Wochenlang üben. Ich mag keine Spiele, bei denen ich üben muss. Ja, ist halt sehr skillintensiv, ne? Dann nubber ich doch lieber auf so einer schmiedrigen Stufenweg rum. Oh, ist das eine behinderte Map, ey. Gelöscht. Bullshit. Allein deshalb würde ich wahrscheinlich schon nicht spielen können, weil ich es so durchdrehen würde bei dem Spiel. Wenn du da bei Twitch wer da auch irgendwie zuschaut oder nur, dass du welche zuschauen. Dann auch wer die zuschaut oder nur das welche zuschauen. Ich hab jetzt vorhin im Channel halt gesehen, dass du da vier Watcher oder was auch immer hattest. Und wird dir dann aber das gleiche angezeigt oder siehst du, dass ein XYZ da drin ist? Ich werde doch raus. Ich sehe Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nachladen 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 Nachladen